Willkommen euch herzlich zu einem neuen Video und wir spielen heute Overwatch. Und als erstes möchte ich mal eine Lootbox öffnen. Die habe ich nämlich noch da. Und das finde ich schön, dass wir gleich im Stream so tolle Sachen ziehen. Zum Beispiel Geld oder ein Spray, das mir sehr gefällt. Ausrüsten. Ah, ein Skin für Winston, das gefällt mir, das ist cool. Und das kann man auch gleich mal ausrüsten, das gefällt mir auch. Schön. Ja, toll. Das gefällt mir. Ja, äh, jetzt ist der gleich so da, finde ich schön. Ähm, Brawl der Woche habe ich schon mal gespielt, der gefällt mir nicht so. Also mache ich einfach schnell Suche und dann sehen wir uns in einer Runde. So, jetzt sind wir in der Runde, also fast in der Runde. Ich spiele als Sozio, einfach weil keine andere, keine andere Person einen Heiler nehmen wollte und ich mit dem ganz gut im Gegengang. Jawohl. Jetzt reißen wir was. So. Schaut euch dieses Thema. Das wird doch ein Spaziergang für uns. Klar doch. Habe ich? Ne. Ich habe nur den Standardspray. Schade. Der gefällt mir. Hier. 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 Einfach mal. Drüber. Die Weile drüber. Sprayen. So. Komm schon. Äh, ich. Wir spielen das natürlich noch nicht allzu lange. Level 10, wie man sieht. Also. Seid gnädig, wenn ich nicht allzu gut bin. Okay. Ähm. Gut. Okay. Ich lasse mal mit. Jedoch. Die Fighter. Da kann man so drauf haben. Sorry. Ich glaube. Du hast noch nie viel Arbeit auch dabei ist. Ein gestütztes Gesichtes. Ein gestütztes Gesichtes. Oh. Hör. Wah. Ein gestütztes neutralisiert. Wahoo. Wohoooooo! Was war das? Wer war das? Ich werde jetzt mal mit. unserem soldier 76 mitgehen. Ich kann heute nicht sprechen, das ist schlimm. Ja gut. Too easy gerade, too easy. Aber das kann sich ja noch ändern. Jawohl, Miloard. Oh, Chunkrat. Das ist immer so ein Hassgegner. Ja, jetzt ist er tot. Schön. Alle Regler auf Anschlag. Feindgeschütz gesichtet. Mhm. Feindgeschütz neutralisiert. Entschuldigung, soldier 76. Tut mir echt leid. Wow. Yay. Verdammt. Okay, schade. Hätte... Dann leider ein bisschen. Ja, unglücklich. Zu viele Gegner. Ich mag die Musik, die Lucio immer spielt. Also eher den Speedboost. Wäre cool, wenn das die ganze Zeit bleiben könnte. Hier kommt mein Chill out, Max. Mhm. Ja, ich hab''s mir gedacht, dass es jetzt ein bisschen schwieriger wird. Ok, die haben auch einen Lucio. Yay! So, ich glaub das könnte jetzt was werden. Ja, wir werden nicht mehr wirklich gestört, also... Yay! Sieg! Gefällt mir. Schön. Mhm, Fruitfly. Der frisst mich. Haha, lustig. Hm. Aimbot. Yay! Gleich für mich voten. Yes! Okay, gutes Match, gutes Match. Ja gut, da können wir ja gleich noch eine Runde machen. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir spielen jetzt als der Zen-Typ, dessen Namen ich nicht wirklich aussprechen kann. Ich kann mit dem wahrscheinlich nicht wirklich umgehen, aber ich werd's mal probieren. Ah, Gegnern kann ich dann einen negativen Effekt geben. Ja, schön, wenn man das Spüren mal ein bisschen kennenlernt. Mhm. Gut. Schön zu wissen. Cool, der tritt einfach mal. Markkampfattacke. Na? Ja. Mhm. Mhm. Und zwar den, also den. Oh, verdammt. Ja, den muss ich eindeutig noch lernen. Ich habe ja getan, dass ich konnte. Richtig, unbedeutend. Komplett unwichtig. Nur der Weg hin ist immer ein bisschen... Okay. Mit F macht man immer dieses Verstanden. Das ist unser Punkt. Haltet ihn! Natürlich sterbe ich gleich. Warum denn auch nicht? Aber der hat einen coolen Skin. Schön. Der Kreislauf beginnt von vorn. Ja, das ist auch wahr. Mehr oder weniger. Ja gut, den Punkt verlieren wir. Könnte es sein, dass ich mich heile, wenn Mitspieler heilen? Geh einfach durch und mach das so ziemlich die ganze Zeit. Natürlich. Überwut ist ein schwacher Schild. Klar. Ja. Nein. xico. Ja, ich heile mich irgendwie immer dann, wenn andere aus meinem Team sich heilen. Ja, äh, überrannt. Alltet sie vom Punkt her. Der Feint ist da nun so hart wie der Schwelle. Da hat er nichts zu suchen. Dieser Chunkrat. Dieser Chunkrat. Hat ein doof Kopf. Frag den nicht. Ich hoffe der ist jetzt. Ja. So was ich kann. Der Feint ist hier. Der Feint ist hier. Das gibt's ja nicht. Es ist immer am besten, wenn man einen neuen Charakter ausprobiert. Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Ja. Gut. Schade. Echt schade. Mhm. Zeig mal. Ja. Gut. Schade. Ich habe versucht, dass ich konnte, aber ein neuer Charakter und mittelmäßig. nicht. Nein. Mhm. Mhm. Ähm. Gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs zugucken. Äh. Und dann werde ich mich mal für diese Folge. Vielleicht nur eine Folge von Overwatch. Vielleicht gibt es noch mehr. Äh. Verabschieden. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.